Ja liebe Leute, lange nicht mehr gesehen, gestern nur etwas Spezielles gesehen, sagen muss man so. Das wird sich heute Abend wiederholen, habe ich mir gerade so spontan überlegt. Und zwar, heute Abend gegen 22 Uhr, sag ich mal, gibt es einen Oster-Livestream. Schaltet gerne vorbei, jeder der Bock hat, schaltet einfach ein und ja, ich wünsche euch viel Spaß, viel Spaß beim Eiersuchen und ja, viel Spaß einfach, haut's raus, ciao, bis nachher, ich hoffe ich sehe viele von euch, der Livestream gestern, der zweite, der war gestern echt toll, ja, haut's rein. Bis dann. Bis dann. Bis dann.